Denkmal Eingang macht man nicht alles da bin ich hochgekommen das hat mich gerettet was soll das hier das hat da nichts verloren diesem historischen platz hier des deutschen reiches ja 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 alternation sagen wir mal so Wilhelm der Erste um den geht das hier Jo Mann Wilhelm dann bin ich wegen dir hier hochgewandert Junge Junge was macht man hier alles Guck mal hier an der Ebene wow ist das toll ist das wohl cool da hinten irgendwo bin ich hergekommen bei diesem See da vorbei und dann über den Harz da Harz ist dieser nächste Höhenzucht da stark und man sieht das ist nicht unrichtig dass ich sage alles goldgelb so jetzt gehen wir mal gucken da oben reitet er Foto machen wir gleich noch da wollen wir jedenfalls hin wie kommen wir da hin Habe ich noch Wasser Tank noch Jo das muss ich noch durch halten wie komme ich da hin die Biberossa sitzt auch da wir gucken mal Den gucken wir uns zuerst an. Dein Büro. Das macht man nicht alles. Oh, das ist schon beeindruckend. Jetzt gehen wir mal da. Da hoch. Aber wie? Da hoch. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Wir haben 32, 33, 34 Grad. Oh, erst mal was dringen. Wohlan, da hoch, letzte Etappe, auf zum Kaiser, ja, denkmal Eingang, ja. Ich will Wäldern sehen. Oh, ab hier Teppich. Oh, nee. Oh, ja. Oh, ja. Oh, Mann. Das edle Ross. Da oben ist es. Meins steht unten am Parkplatz. Ja. Einmal rumlaufen. Wilhelm. Ja. Ja. Wenn schon, denn schon. Dann schon genießen. Der Kaiser und sein Reich. Heißt das. Wieso wird die Kamera so heiß? Die war gestern so heiß, die kann man anfassen. Ja, irgendwas stimmt auch nicht mehr. Da hat alles gewinnen. Jawohl. Da ist der Kaiser. Jawohl. Foto machen. Also ich spitz hier, kann es noch nicht mal eine Kamera einstellen. Jawohl. Ja. Mach einmal ein Foto und dann schalte ich wieder ein. So, laufen wir noch einmal rum. So, ich trinke noch mal einen Stuck. Guck mal, was noch läuft hier. Ah, da geht es noch weiter. Sein da los. Museum oder was? Ja, ja, das war ja mal eine Burg. Aber tue ich mir das noch an. Da unten muss ich wieder hin. Da. Und da unten in diese Gegend. So hoch sind wir hier. Aber ich muss sagen, hat sich gelohnt. Ja, was ist da hinten? Ja, bestimmt so ein Pimpballer. Ja, mal gucken. Gut. Sehr gut. Ja. Einmal rum. Sehr groß und mächtig das Ganze. Kann ich nur empfehlen, mal hinzufahren. Gehen wir wieder einen Stock tiefer. Guck mal, was es da noch gibt. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Beim Pferd. Natürlich mit dem Ross. Ja. 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 Die Stiefel müssen klappern. Ja. Das ist hier. Kaiser Merchandising, oder? Ja. Ja. Das ist hier. Kaiser Merchandising, oder? Und ohne Hahn. Schade. Komme. Komme. Erdnachs Edelstein, oh, cool. Oh, was gibt's mit der Höhle da vorne? Oh, da kann's auch noch hochlaufen. Danke. Hoch die Tür, die Tor macht weit, der Heidebeiker ist nicht weit. Bringt euch rechtzeitig in Sicherheit. Oha, kann man auch wieder raus hier? Nicht, dass ich mich nicht verlaufe ohne Navi. Jo, da kann ich's ja, wir gucken uns an. Was ist das? Melde, Heidebeiker angetreten. Was ist das hier? Oh. 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 dem ich jetzt in my state gemeldet habe, dass heidelberg gerade da war, können wir hier den ort verlassen. rückmarsch. ja man muss dem ort irgendwie sprachlich gerecht werden und optisch. man darf vieles nicht so eng sehen. flogast erbuddelt. ja da ist wirklich nur wasser drin. so, tankes alle. zurückmarsch, marsch. nee, das macht man selber selber mit euch aus. damit sage ich tschüss vom küffhäuser. irgendwann komme ich vielleicht mal wieder. gefällt mir nämlich hier.